Eine neue Folge MT5. Heute gibt es das Finale unseres zweiten Discord-Turniers, der Musterung in den Kriegslanden, zusammengeschnitten in nur 5,5 Minuten. Es spielen Abu mit den Dämonen und ich mit den Celadron. Apropos Discord, falls euch Dice War interessiert, dann schaut euch doch mal meine Playlist zum Einstieg an, die sollte hier jetzt verlinkt sein, und kommt auf ein Probespiel im Discord-Server vorbei. Da findet ihr fast immer jemanden zum Spielen oder auch einfach zum Erklären. Und wir haben auch schon das nächste Turnier in der Planung und wir freuen uns auch immer enorm über Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen, die mitmachen und haben da auch einige Methoden, sodass das so einfach wie möglich ist. Und dazu gibt es in dem nächsten Video auch noch mehr. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei dem Turnierfinalspiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.